Spanien, Costa del Sol, Malaga. Die Küstenstadt ist nicht nur ein beliebter Touristenort. Hier befindet sich auch Caterpillars Demonstration and Learning Center. Hier präsentiert CAT seine neuesten Baumaschinen. Eines der diesjährigen Top-Themen in Malaga, Kraftstoffeffizienz. Ein Schlüsselfaktor für geringe Betriebskosten. Bauforum24 sprach mit Caterpillar Vice President Paolo Fellin über die wichtigsten Neuerscheinungen. Ich bin glücklich, dass ich ein Produkt-Manager mit Caterpillar mit Caterpillar für Excavator und für Wheel-Loaders bin. Und dieses Jahr, sie sind beide mit neuen Produkten. Wir haben die F-Series mit Excavator. Wir haben die 336 Hybrid, die Wheel-Loaders, all die von der Compact-Wheel-Loaders, all die bis zu 972, 980, wir haben die M-Series. So, ich würde sagen, dass in meine 30-plus Jahre mit Caterpillar mit Caterpillar, niemals haben wir die Möglichkeit, zu haben so viele gute Produkte an den gleichen Zeitpunkt. Wir haben eine sehr gute Fuel-Effizienz und Fuel-Consumption. Und ich weiß, dass es in Deutschland sehr wichtig ist. Unsere Maschinen sind Fuel-Effizienz, unsere Maschinen konsumieren als Fuel. Und wir können das durch Visual-Link zu Produkt-Link bemerken. Wir können das tracken. Wir haben Qualität, wir haben Produktivität, wir haben Fuel und wir haben die beste Produkt-Line. Excavator und Wheel-Loaders kommen definitiv auf meine Liste, wie eine Maschine, die eine große Unterschiede machen können, insbesondere in Deutschland. Caterpillar gilt als einer der führenden Lieferanten für die Gewinnungsindustrie. Der weltweite Abschwung im Mining-Market geht daher auch an CAT nicht spurlos vorbei. Dennoch blickt man positiv in die Zukunft. Es geht weiter. Die Minerinnen sind nicht ordentliche Maschinen. Seine Maschinen wird alt. Es gibt viel Service. Es gibt viel Unterstützung. Es gibt viel Unterstützung. Aber es kommt eine Zeit, wenn diese Maschinen müssen, denn sie werden sehr alt in der Mining-Industrie. Es sind die Bühne momentan, aber wir haben eine Verkaufung für Mining. Wir haben einen großen Fokus auf Mining. Und es ist einer unserer drei große Pillen, die wir haben für die Entwicklung in der Zukunft. Zurück, die wir wissen, was WENN fröhnt. Die Frage blickt man nicht weiter. Wir haben Fragen, die wir uns für die Zwischen API brennen. Eine Katastrophe brennen. Die streams stecken. Bauforum24 TV – Construction in Motion